Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast, deinem Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Giese und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Und heute am Mittwoch geht es wieder um eine Chakra-Folge und zwar um das erweiterte Herzchakra. Und das ist halt so mega, mega spannend, weil sich eben unsere Chakren erweitern und überfielen von uns. Und es hat tolle Auswirkungen auf uns und der Aufstiegsprozess der Menschheit ist im vollen Gange. Und da darf unser erweitertes Herzchakra nicht fehlen und deswegen eine ganz besondere Special-Podcast-Folge dazu. Also wir haben nun alle die Chance, mit unserem fünfdimensionalen Chakras, also Aufstiegschakras zu arbeiten. Denn ein erweitertes Chakra ist immer auch ein Aufstiegschakra. Eine starke Schwingungserhöhung fand letztendlich schon 2014 statt. Die Konzentration des Lichtes öffnete ein Energiefenster auf unserer Erde und erreichte viele, viele, viele Seelen. Unsere fünfdimensionale Chakrasäule ist nun einsatzbereit. Und immer dann, wenn wir einen Lichtanteil von mindestens 79% erreicht haben, kann diese aktiv werden für uns oder ist sie einsatzbereit. Dazu gehört natürlich ein erweitertes Bewusstsein, denn der Lichtanteil hat auch immer mit dem Bewusstseinsanteil zu tun. Unser physischer Körper und unser feinstofflicher Körper müssen sich gemeinsam in einer Harmonie erheben. Und damit beginnt unser eigentlicher Aufstieg. Das haben viele von uns über den sogenannten Lichtkörperprozess erlebt oder aber erleben es noch. Ein Prozess, der sehr strapaziös sein kann, da wir uns an die hohen Schwingungen erst einmal gewöhnen müssen. Das kann von körperlichen bis seelischen, psychischen Zipperlein gehen und das ist wirklich sehr, sehr anstrengend, je nachdem, wie du ausgerichtet bist, je nachdem, worüber du verarbeitest. Bei mir zum Beispiel ging es eher über den seelisch-psychischen Bereich, bei anderen geht es aber wirklich eben auch um den rein körperlichen Bereich. Zur Zeit haben viele Menschen auf der Erde diese Ebene aber schon erreicht. Wir arbeiten uns sozusagen durch unsere Prüfungen und Lektionen und fangen an, unseren erweiterten Lichtkörper zu gebrauchen und letztendlich auch mit Weisheit und Liebe zu agieren. Das heißt, unsere Entscheidungen, unsere innere Ausrichtung fängt nun an, mit Weisheit und Liebe zu passieren. Wo vorher vielleicht Ego, Angst, Macht, Kampf aktiv war, ist Weisheit und Liebe nun das ganz, ganz große Thema. An dem Punkt möchte ich dir auch den, sag schnell, Metatron-Kristall empfehlen, den verlinke ich dir und auch den, das Charme Weisheit. Das sind zwei Lichtwerkzeuge, die du nutzen kannst, entweder einmal als Kettenanhänger oder aber als Pyramide zum Aufstellen in deine Räume. Das sind Hochschwingungswerkzeuge, hochenergetische Schwingungswerkzeuge. Schaust du einfach mal in die Shownotes. So, weiter im Text. Unser Herzzentrum, also sprich unser Herzchakra, ist der Kern dieses Aufstiegsprozesses. Hier beginnt die Erleuchtung unseres Vierkörpersystems, weil uns das Herzchakra mit dem kosmischen Herzen verbindet. Also es ist eine direkte Informationsübertragung. Das ist der Beginn der Erleuchtung und versetzt uns in die Lage, das Leben einfach eben aus dieser höheren Perspektive, der Lichtperspektive oder der Weisheitsperspektive zu erleben. Nicht nur so zu denken und zu fühlen, sondern es wirklich auch zu leben und dann auch zu erleben. Das heißt rein faktisch, dass unser zwölf-fünftimensionales Chakrasystem voll einsatzfähig und die 24 DNA-Stränge aktiv sind. Bedeutet nichts anderes als zwölf Stränge, die sich auf den physischen Körper beziehen und zwölf Stränge, die sich auf den spirituellen Körper beziehen. Das fünftimensionale Herzzentrum erstrahlt in einer rein weißen Schwingung und enthält 33 Informationsräume, Ebenen der bedingungslosen Liebe. Dadurch erschließen wir uns unser Herzchakra immer mehr gefühlt, also es fühlt sich für uns so an, als würde unser Herzchakra immer größer werden. Das ist allerdings nur aus unserer Sicht so, denn die Größe ist längst angelegt und es wird uns nun mehr und mehr zugänglich. Sozusagen als würdest du den Schlüssel für Räume bekommen, die dir vorher verschlossen waren und die kannst du nun öffnen und betreten. Und natürlich mit all dem, was dort vorhanden ist, auch nutzen, dir zugänglich machen. Bei fortgeschrittenen, erwachten Menschen hat es einen so starken Schwingungsfluss, dass diese Person sogar das eigene innere Licht oder generell auch das Licht an andere Menschen weitergeben kann. Das versetzt uns in die Lage, anderen Menschen Liebe zu senden, ohne dass wir auch nur ein einziges Wort sprechen müssen. Das ist übrigens ein großer Anteil meiner Chakra-Therapie-Ausbildung, da es die Energiearbeit sehr erfolgreich macht und sehr vereinfacht. Wo früher ganz viel, ich sage einfach mal in Anführungszeichen, gezaubert werden musste, reicht heute die reine Präsenz, um Heilung auszulösen an Körper, Seele, Geist und aber auch Lebensumständen und Weichenstellung im Leben des Anderen. Das Herzchakra eines Erwachen kann auch das Erwachen in anderen erwecken, also ein Anstoß zum Erwachen sein. Zum Beispiel ein Raum voller Menschen kann Licht und Liebe durchströmen, also regelrecht kann von Licht und Liebe durchflutet werden, wenn ein einziger Erwachter Teil des Raumes ist. Der enorme Zustrom von göttlich-weiblicher Herzensenergie, welche jetzt auf unserem Planeten für uns da ist, man sagt ankommt, aber sie ist eigentlich schon sehr, sehr lange da. Aber sie kommt halt immer mehr in die Manifestation bei uns selbst. Also diese weibliche Herzensenergie unterstützt das Vergeistigt-Männliche und bringt es dadurch ins Gleichgewicht. Dadurch wird es möglich, alles aus einer höheren Perspektive zu sehen und das Vergeistigte sozusagen mit der Liebe, mit dem Liebenden zu vereinen. Also voll, voll schön. Zielgerichtete Energien arbeiten darauf hin, dass sich die Machthaber auch dieser Sichtweise bewusst werden, ohne jetzt hier auf Verschwörungstheorien etc. einzugehen. Also es tut sich eine ganze Menge, also diese Wellen sollen sehr weit schwingen und eben auch diese sogenannten Machthaber dazu veranlassen, von ihrer Sichtweise her bewusster zu werden. Das trägt dann dazu bei, dass wir eine Gesellschaft gründen oder haben werden, die voller Licht und Liebe ist. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber zumindest, dass du weißt, warum ist es so oder wo soll es hinführen. Die einfachste Interpretation von diesem Jahr, also 2020, ich weiß nicht, wann du diese Podcast-Folge hörst, aber wir haben jetzt gerade Anfang Februar 2020. Und dieses Jahr soll eben einfach eine Ebene der neuen Klarheit uns schenken und sein. Und die Offenbarungen unserer inneren und äußeren Verzerrungen, Verzerrungen sind eben Verzerrungen der Wahrheit, das Leben unserer Maskeraden, noch in Ego-Strukturen, Angstthemen zu verharren oder mit denen konfrontiert zu werden und dann werden wir angetriggert. Also die Offenbarungen dieser Verzerrungen erlauben es uns, bessere Entscheidungen für unsere Ausrichtungen auf das neue liebende Feld zu erlangen. Was immer dem kollektiven Erwachen und unserer eigenen Reise dient, das wird sich jetzt zeigen. Wir kennen das, also dieses Gefühl, ja, okay, hinterher sieht man immer klarer. Also egal, was jetzt gerade bei dir passiert und egal, was dir zum Erwachen hilft und was dir hilft, deine eigenen Verzerrungen oder die Verzerrungen in deinem Umfeld zu erkennen, nimm es einfach an und go with the flow, weil im Nachhinein wirst du es klarer sehen. Es ist einfach so, dass die niederen Reiche nun dekonstruiert werden. Das heißt aber auch, die ploppen erstmal hoch, die sind jetzt erstmal sichtbar. Also ich erlebe das selbst gerade ganz stark. Aber das gibt uns letztendlich eine Orientierung dafür, dass wir auch tiefe Würdigung spüren dessen, was wir bisher erschaffen haben oder was bisher erschaffen wurde. Ja, es ist also eine wunderschöne Gelegenheit, auch eine innere Selbstkorrektur vorzunehmen und zum Erschaffen weiterer positiver Dinge auch beizutragen. Ja, mithilfe einer höheren Betrachtungsweise und vor allen Dingen auch mithilfe unseres Einheitsbewusstseins. Also was auch immer gerade an negativen Themen hochpoppt, ja, innerlich oder dass du äußerlich angegriffen wirst oder rein durch das, was auf der Welt passiert. Es ist letztendlich eine Dekonstruierung der niederen Schwingungen. 2020 ist nicht nur ein Schaltjahr, sondern man kann auch sagen ein Quantensprungjahr. Dieses Jahr wird einfach ganz gigantisch in diesem Zusammenhang für uns wirken. Und es schenkt uns einfach eine enorme Beschleunigung der kollektiven Neuausrichtung. Für unser aktives fünfdimensionales Herzchakra ist auch, ja, ein Raum der ganz persönlichen Wahrheit aktiviert, ja. Es ist also letztendlich das Zentrum unserer ganz tiefen persönlichen Wahrheit. Und darüber werden wir in diesem Jahr halt immer wieder stolpern. Es ist nicht so, dass wir morgens wach werden und sagen, ah, jetzt erkenne ich meine Wahrheit, ja, unsere ganz tiefe persönliche Wahrheit. Nee, wir müssen uns reiben, ja. Wir müssen damit wachsen, um das überhaupt für uns zu erkennen. Alle Erwachenden werden jetzt sehr stark auf ihre eigene Herzenswahrheit und Stärke, also Herzensstärke, überprüft. Jede einzelne Seele auf der Erde wird gegenwärtig von diesen Frequenzen geflutet. Das kann zu Höhenflügen anregen oder auch erst einmal Chaos bis Angst verursachen. Auch ein Grund, warum es trotz all der schönen Ausrichtungen so viel Leid, Mobbing, Aggressivität und Angstmacherei gibt. Es sind die Verzerrungen, die uns erwachen lassen. Viele von uns gewinnen Klarheit darüber, dass die Energie der neuen Zeit bereits hier ist. Das führt dazu, dass sich die alten Schöpfungen vor unseren Augen aufzulösen beginnen, also die niederen alten Schöpfungen. Ja, Stück für Stück. Das ist sehr beeindruckend. Also ich persönlich, ich selbst, erfahre das gerade sehr intensiv an einer Geschichte, in der das Dunkle, das Alte versucht hat, mich sehr zu behindern. Das kam sozusagen aus dem Nichts und ich sah mich plötzlich, ich sage einfach mal bildlich gesprochen, vor einer dunklen Wand gegenüber und wusste überhaupt gar nicht, wie mir geschieht. Und allein durch meine Perspektive der Herzensweisheit löste es sich auf und verwandelte sogar das Niederschwingende, also das, was eigentlich mein Feind war, in höhere Schwingungen. Also ohne jetzt näher darauf eingehen zu wollen, viele von euch, die mir intensiv folgen, regelmäßig meine Podcasts hören, meine Live-Videos verfolgen bei YouTube oder aber auch bei Facebook und Instagram meine Posts mitbekommen, die haben das hautnah mitgekriegt. Für manche ist es noch sehr desorientierend, bis sich ihr Kompass sozusagen auf die neuen Energien ausgerichtet hat. Alles braucht seine Zeit. Also Piano, Piano, Piano. Versuche einfach im Herzen zu bleiben und bedenke, deine Wahrnehmung der auf dich einströmenden Ereignisse und deine Reaktion auf diese zeigt dir deine Bewusstseinsebene an. Und unterstütze dich, sie weiter anzuheben. Das ist also schon das ganze Geheimnis. Ja, und wenn du Lust hast, mit mir persönlich in Austausch zu gehen, schau in die Shownotes. Wenn du Bock hast auf die Ausbildung bei mir, schau in die Shownotes. Wenn du überhaupt irgendwas erfahren willst, ja, ich habe viele tolle Sachen, die ich anbiete, einfach rinkeken. Und vor allen Dingen, schau dir auch den Metatron-Kristall an und das Charm Weisheit. Ja, das wird dir sehr, sehr helfen und dich auf deinem Weg unterstützen. Es ist einfach eine faszinierende, spannende Zeit voller Liebe, auch wenn es manchmal so gar nicht nach Liebe aussieht. Okay, also jetzt erstmal von Herzen, wir haben so viel von Herz gesprochen. Von Herzen wirklich das Aller, Aller, Allerschönste für dich. Deine Linda. Deine Linda. Deine Linda. Deine Linda. Untertitelung des ZDF, 2020